los geht's mit der nächsten folge x3 farnheims legacy hier sind wir immer noch in der terrane sektoren wo wir das letzte mal aufgehört haben hier in uranus wir entdecken jetzt einfach noch die restlichen uranus geht es runter nach uranus alpha normalerweise ich sehe gerade die sind umbenannt worden das fällt mir erst jetzt auf das letzte mal gar nicht aufgefallen uranus beta das hieß glaube ich in albion preload einfach noch uranus 1, uranus 2, uranus 3 jetzt heißt es beta aber gut von mir aus ist ja egal hier geht es jetzt noch in den süden und es wird auch in den osten gehen im osten landen wir dann glaube ich beim jupiter ne beim saturn logischerweise erster saturn wir kommen ja von hinten dann der jupiter astroiden gürtel mars und so weiter noch jede menge zu tun dann legen wir einfach los damit wir ein bisschen vorankommen können natürlich nebenbei moment das hier ist doch so ein orbitale orbitallander hier oder wie das ding noch mal heißt da fliege ich mal darauf zu ein atmosphären transporter war es genau und schon wieder ist hier ein q drin und mein atmosphären transporter genau den den meinte ich gibt es ihn noch oder wurde er zerstört er ist tatsächlich rausgesprungen mit familie nie gamma ist er jetzt mit wahrscheinlich relativ null schilden familie nie familie hier fünf prozent hülle hat er noch gehabt das war knapp aber er hat überlebt das wäre bitter gewesen denn wir sehen es hier die 10 ist mittlerweile auch in 25 hat schon sechs millionen gebracht ja gut wir fliegen hier wir fliegen weiter das finde ich so dämlich manchmal hier in den terraner sektoren so hier geht es in den saturn ich will aber erstmal in den süden fliegen genau hier unten was haben wir denn ach hier sind immer noch die teladis von der aufgabe die wenn ich ja so moment meine boa ist da jetzt kommando wahrscheinlich folge genau die soll kommando abbrechen russart soll da andocken das macht der feige verteidiger soll ebenfalls an der boa andocken und dann soll die boa gefällig wieder rausspringen und das ganze zeug nach hause bringen ja und wir fliegen hier wie gesagt in den süden zu uranus 2 3 4 keine ahnung was ähm alpha beta haben wir ja schon na gut da ist natürlich jetzt die frage ist uranus gleichzeitig uranus alpha oder gibt es tatsächlich uranus und uranus alpha werden wir gleich rausfinden ich meine es gab sogar vier uranus sektoren insgesamt gamma ok dann ist vermutlich uranus gleichzusetzen mit uranus alpha so dann werden wir die hier mal alle aufs radar bringen so haben wir hier gibt es auch kein weiteres tor deswegen werde ich hier eigentlich direkt umdrehen ich weiß nicht mehr genau dann gab es bei uranus wohl doch nur drei das kann schon sein alpha beta gamma grummer schön dass du da bist co-pilot wieder an bord dann kann er nicht schief gehen erreiche uranus so jetzt fliegen wir aber durch den ostbeschleuniger hier ist er und schauen uns mal beim saturn um ob die ringe noch da sind also der uranus hat seine ringe noch nicht verloren wie wir hier im hintergrund sehen kontrollieren wir jetzt gleich mal beim saturn ebenfalls und dann schauen wir ob man auf dem weg hier hier funke ich jetzt mit absicht nicht an ob man dann noch einen schönen auftrag mitnehmen können damit man noch diesen einen rang aufsteigen um den system zugang zur erde zu bekommen in der erde bei der erde gibt es ja normalerweise nichts außer die haben hier jetzt was hinzugefügt äh es ist einfach nur das system so saturn das war die falsche taste eine schiffswerft haben wir das ist die erste von den terranern das ist gut achso das gehört hier zusammen achso ich dachte es wäre eine extra station so äh gibt dir ein gewisses spiel das mit dem uranus noch einen witz macht aber eher der name okay ich weiß ehrlich gesagt nicht welches du grad meinst so was haben wir hier alles gefunden die schiffswerft was bietet die eigentlich an die ganzen minen und die ganzen schiffe die ich mir wahrscheinlich eher noch nicht gönnen darf ja hier so gut wie alles noch gesperrt gut das ist jetzt keine überraschung dann fliegen wir hier zu dem sonnenkraftwerk weiter und ähm hier gibt es noch den nordbeschleuniger da werden wir durchfliegen weil saturn müsste jetzt meineswissens insgesamt vier sektor teile haben so so ähm hier ist eine schiffswerft die wollen eine rapier ah borderlands okay das habe ich nie gespielt moment der wilde rapier die kann ich doch kaufen und der gibt mir 800.000 und das ist sehr schwer ja gerne also selten so einfache aufgaben gehabt so und du möchtest das zum sonnenkraftwerk haben oder ja also das ist ja wirklich äh okay bitte mehr davon so das erledigt sich von selbst dann können wir ja noch weiter funken und was soll es sein verschlüssele jetzt die daten für die übertragung es mag sein dass sie diese aufgabe etwas proben ein tp den kann ich nicht bieten sie sprechen mit dem auto gibt es etwas womit ich ihnen hier sind die preise sabre ja komm das können wir uns mal gönnen übertrage jetzt die daten erhalte zusatzinformationen für datenbank so währenddessen fliegen wir jetzt einfach in den orden und lassen die rapier rapier sein die wird da schon von allein hochfliegen ähm und dann haben wir die aufgabe erfüllt und dann kriegen wir vielleicht sogar schon den erdzugang ah wir sind jetzt in titan ja selbstverständlich hier im hintergrund der schöne saturnmond titan nicht der größte poltergeist deswegen frage ich also wenn ich es richtig im kopf habe nicht der größte ich meine io müsste der größte sein ähm deswegen wundert es mich auch dass sie im spiel einfach titan ausgewählt haben vielleicht ist er vom namen her einer der bekanntesten das mag sein ähm aber da das ja deutsche entwickler sind hätten sie ja eigentlich auch zum beispiel aus patriotismus zu europa europa nehmen können materie antimaterie minenfertigung wobei nicht dass ich jetzt hier einen verwechsel ob äh nicht dass einer davon ein jupiter mond ist steinig mich bitte nicht wenn ich das jetzt verwechsel sie sprechen mit dem sie sprechen mit dem übertragen also bei io bin ich mir eigentlich sicher dass das ein saturnmond ist aber bei europa bin ich mir jetzt nicht mehr 100 prozent sicher ich könnte es nachgucken mache ich jetzt aber nicht so hier haben wir ein saturn im süden nämlich auch noch da müsste man eigentlich auch noch mindestens zwei sektoren sehen wenn ich das noch richtig im kopf habe Moment wer ist da gerade aufgetaucht die erzmine alpha 2 ach die ernsthaft darf die so weit springen krass habe ich das dir erlaubt ey das sonnenkraftwerk ist fast hier außerhalb von der standard karte das ist gerade noch oben am eck ich habe mich gerade gefragt wo denn der rapier sich rum treibt robustos hi schön dass da bist äh Moment das ist das ost vor verdammt durch den will ich doch gar nicht ich will noch nicht zum jupiter will erstmal die saturn sektoren moment hä ach das war hier so ko ah verstehe ja 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 ich erinnere mich wieder hier muss man ja gar nicht in den osten fliegen zum jupiter sondern hier muss man in den süden fliegen zum jupiter dann fliegen wir durch den osten äh durch den osten ja da haben wir es wieder das hatten wir ja vor einigen wochen die diskussion fliegen durch den ostbeschleuniger so saturn beta ich weiß auch nicht ob die hier vielleicht auch ein paar sektoren rausgenommen haben und es gar nicht mehr so viele sind so was hatte ich achso äh übergeben ja genau verdammt ich habe kein ansehen gewonnen aber ich bin jetzt bei 88 prozent das heißt wenn der hier vielleicht einen netten auftrag hat raketenfabrik geist sie sprechen mit dem auto haben sie ich übertrage jetzt die daten werden sie interessiert ja komm das dürfte grad reichen um noch einen rang aufzusteigen um den erd zugang zu bekommen vielleicht kriegen wir auch nur merkur weil merkur liegt ja noch vor vor der erde in der sprungtor reinfolge oder in der transorbitalen beschleuniger reinfolge so einmal ab ja einmal abdocken ah nein hier ist doch noch ein beschleuniger hier geht es doch noch mal eins weiter transorbitaler beschleuniger saturn gamma fliegen wir doch gerade mal durch die zeit haben wir 33 minuten das sollte eigentlich reichen um dann nachher drei sektoren zu durchqueren so ich möchte es nur damit ich den damit ich den sektor hier auch auf dem radar habe so ah hier hinten haben wir auch noch eine fabrik gut gut dann haben wir das auch drauf dann geht es schon wieder zurück äh ich bin grad hier saturn gamma und erforsche jetzt voll die ähm terraner sektoren muss allerdings noch einen rang oder vielleicht zwei ränge aufsteigen damit ich zur erde kann ich weiß bei der erde gibt es nichts außer hier in dem spiel gibt es was das weiß ich natürlich nicht lass mich überraschen aber im normalfall gibt es ja im ehrensektor nichts das ist einfach nur man hat den zugang nur weil man es kann oder man will ja auch ab und zu mal zu hause vorbeischauen auf jeden fall den merkur zugang den brauche ich noch ja das stimmt so nicht wie meinst du ja gut ich weiß nicht ob es in dem spiel was gibt ich meine den torus den gibt es ja nicht mehr der ist ja zerstört worden da gibt es keine keine orbitalen stationen ja aber die gibt es seit all hier im prelude nicht mehr da ist ja ein terran konflikt in die luft gesprengt worden und orbitale stationen gibt es da seither nicht mehr man bekommt am anfang fast keine missionen also ich kann mich ehrlich gesagt nicht beschweren über missionen ich habe eigentlich bisher recht gut missionen bekommen ich habe mich jetzt mit dem auftrag hier eigentlich auch da kommt es bestimmt gleich dass ich ein ansehen gewonnen habe da kommt es so hier etf zugang merkur ja immerhin ja eins brauche ich noch wenn ich zur erde will krieger von ihr sind wir auch schon unsere hiesige schiffswerft nimmt schrottreife schiffe zu günstigen konditionen in zahlung so spiel mal weiter äh meine frau hat mir gerade gute nacht gesagt autopilot deaktiviert ähm ja also ich habe bisher eigentlich ganz gute aufträge bekommen muss ich sagen schauen wir mal hier jetzt ja gut das ist jetzt nichts besonderes ähm so äh 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 wo bist du tor hier transorbitaler beschleuniger saturn okay wenn ihr wenn ihr wenn ihr in x4 sind die stationen noch größer braucht man da auch immer eine halbe stunde bis man um eine station rumfliegt weil das nervt mich hier auch steilweise dass man um diese terraner station immer so weit rumfliegen muss nö die haben wahrscheinlich 27 andock buchten und nicht nur eine wie die hier äh du hast einen booster der auf schilde geht ah ok ähm gut ich hätte hier ja auch einen booster so so jetzt wollen wir äh in den süden fliegen genau damit wir richtung jupiter fliegen können genau so machen wir es wo bist du süden hier drüben bist du äh kill mission mache ich keine mit absicht nicht denn bei meiner ersten kill mission durfte ich ja teladi schlachten und das will ich eigentlich nicht wieder machen das nervt mich auch immer dass der sinse ausgeht bei den terraner stationen weil angeblich irgendjemand dagegen fliegen würde ja es ist wahrscheinlich einfach nur die gewohnheit weil die anderen stationen von der gemeinschaft sind alle so klein und deswegen ist man diese riesen stationen nicht gewohnt ah und wenn ich ganz schnell gehen soll nimmt man den reisemodus ok dann gibt es also einen reisemodus bei x4 verstehe so jupiter willkommen schön dass es dich gibt wieso begrüße ich eigentlich äh den jupiter als würde er mich gerade besuchen hier ist er die orbitale versorgungsstation schöner planet schräg 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 gas riese ja gut x rebirth habe ich ja nie gespielt deswegen kann ich dazu wenig sagen so wenn wir hier jetzt in den süden fliegen dann kommen wir glaube ich zum astroiden gürtel wenn ich richtig liege wenn das noch gleich ist müsste ja passen transorbitaler beschleuniger genau und da wollen wir jetzt erstmal nicht hin ah da hinten ist er da hat er sich versteckt da müsste dann jupiter 1 2 3 glaube ich noch kommen beziehungsweise in dem fall nach dem neuen bezeichnung zumindest beta und gamma ich meine es müsste sogar noch delta kommen und da fliegen wir mal rüber hier gab es tatsächlich keine aufgaben so die sektoren kann man aber vergessen es gibt kaum stationen du meinst jetzt bei x4 oder bei x3 börse ich gehe mal von x4 aus hier haben wir schon wieder eine kill mission ah hier haben wir eine normale fangen wir nochmal was die haben wir sprechen mit dem gibt es etwas womit ich ihnen helfen kann hier sind die preise ja kommt 60.000 hau raus 26 ist der beste na das hat sich nicht gelohnt mhm transorbitaler beschleuniger jupiter gamma so jupiter gamma ich bin gespannt ob es denn ob es denn delta dann auch noch gibt bei beiden teilen ok also ich weiß jetzt tatsächlich nicht mehr auswendig ob jupiter gamma die letzte station war aber ich war der meinung es gab entweder bei saturn oder beim jupiter 4 wobei gut saturn sind ja quasi 4 wenn man es genau nimmt der titan ist halt einfach extra benannt naja ist eigentlich auch völlig egal hauptsache wir haben alle auf dem schirm oh hier gibt es einen bauauftrag ach ich habe die falsche taste ich dachte gerade ich bin noch nah genug ne herrenloses schiff bringen wir nicht zurück ich meine ich baue nichts ich will nur wissen was er gebaut haben möchte sie sprechen mit dem gibt es etwas sie kommen wir übertragen jetzt ferrana protein pasten mischerei so so also jupiter ist schon schön wo ist der große sturm ist das hier das große doch das hier das große auge glaube ich der unendliche sturm äh 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 folgendes benötigen wir diese mission sollte ein kinderspiel für sie ne 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 2300 terranische epa ne machen wir auch nicht nahrungsmittel präparationsanlage so was bietest du noch sie sprechen mit haben sie etwas zu sagen sende jetzt die fenestimitar ne das ist mir zu teuer gut dann fliegen wir zurück dann fliegen wir in Richtung Asteroidengürtel ich möchte mindestens zu Mars also was heißt mindestens ich werde zu Merkur fliegen aber ich möchte mindestens zu Mars beziehungsweise dadurch dass ich zu Merkur darf kann ich auch zur Erde fliegen ich muss dann halt wieder rausfliegen weil sie mich sonst abschießen so also hier Richtung Süden war es gell ok der bietet noch einen Auftrag an können wir mal kurz vorbeischauen so was hier an x bta ich weiß gar nicht genau ne du meinst wahrscheinlich x1 bis x3 fehlt die begehbaren Stationen ok das war wahrscheinlich falsch getippt ähm gut ich kenn's ja nicht dadurch dass ich 4 noch nicht gespielt hab sie sprechen mit Wasser Zeitpilot ich lade die Prats Simitar der wär günstiger ähm ja wie gesagt ich kenn's nicht ich hab nur mal ganz kurz so keine Ahnung Viertelstunde oder sowas in x4 ähm Let's Play reingeguckt und hab halt gesehen dass man da eben äh auch mal ein bisschen raus kann aus seinem Raumschiff ja das weiß ich aber das will ich gar nicht schaffen das ist ja so schlecht bezahlt äh Moment wir kommen jetzt aus dem Norden wir müssen hier rüber genau weil im Süden müsste ja einfach nur ein abgeschaltenes Graf äh abgeschaltenes Tor stehen wenn das ursprünglich mal nach Ketzer's Untergang ging orbitale Patrouillenbasis orbitale Verteidigungsstation gut ich will jetzt nicht also wenn's noch in der Story vorkommt ähm dann äh sag jetzt nichts robustes ähm weil ich will nicht gespoilert werden aber was ich mich jetzt so spontan frage wie haben's die Menschen eigentlich geschafft dass sich hier ein Neptun Tor mit Raman's Trium verbindet das wird ja auch nicht einfach so passiert sein da muss ja irgendwas äh irgendwas gemacht worden sein Bergbaustation M Delta Transorbitaler Beschleuniger Mars so X Beyond the Frontier und X Tension war ne Qual was das Andocken angeht die Handelsstationen rotierten samt Andockring man muss das Schiff mitdrehen das ok Robustus weißt du auch nicht dann scheint's in der Story wohl nicht vorzukommen warum das passiert ist ja weil du hast die Story ja glaube ich schon durchgespielt oder dann geh ich mal von aus dann wüsstest du's ja wenn's vorkommen würde wenn's erklärt wird wie das denn zustande gekommen ist erreiche Mars was waren das für Schiffe hier ach 3 Skirneurs direkt hinterm Tor auch schön ja hier Mars jetzt haben wir hier die Schiffswerfte am Mars das ist ja so die äh ultimative Schiffswerfte die glaube ich alles anbietet wenn ich richtig bin ja wobei die bietet genau das gleiche an wie die in äh Saturn auch ich dachte die in Mars die hat alles angeboten aber vielleicht war das alles das kann natürlich auch sein zweimal schon ok ja gut dann kommt's dann wird's wohl nicht erklärt das ist dann ist es ein bisschen schade denn solche Details liebe ich wenn die wenn auf die auch acht gegeben wird und die erklärt werden aber gut das gibt Schlimmeres sie sprechen mit dem Auto haben sie ich übertrage ok Stationen baue ich jetzt nicht für die Terraner wie gesagt das hier ist jetzt gerade einfach ein bisschen Erkundung einfach alle Terraner Sektoren auf dem Schirm haben mehr und mehr und und wenn sich die Gelegenheit ergibt einen neuen Auftrag aber wir sind ja gleich durch wir fliegen jetzt eben schon Richtung Venus und von Venus geht's dann zu Merkur zur Expansion neue Abbaugebiete für die Terraner laut Buch so die schöne Venus orbitale Verteidigungsstation orbitale Verteidigungsstation Sonnenkraftwerk X L Alpha USC orbitale Verteilerbasis Raketenfabrik Google Alpha Sie sprechen mit dem Automat gibt es etwas schön sind Sie an dem Job Interesse gestohlene Schiff nein das machen wir nicht orbitale Verteidigungsstation Verteidigungsstation Raketenfabrik Phantom Alpha okay dann gibt es ja auch nichts zu tun ja gut so dann fliegen wir jetzt noch eins weiter zum Merkur wie gesagt den Erdzugang den brauche ich ja gar nicht direkt hier gibt es zwei Moment orbitale Verteidigungsstation seit wann gibt es hier zwei transorbitaler Beschleuniger Mond ach den Mond okay dann komme ich doch nicht zur Erde verdammt und hier geht es zu Merkur transorbitaler Beschleuniger Merkur ah da muss ich mich doch noch eins hochleveln damit ich ähm den dann kann ich nur den Mond betreten aber die Erde nicht weil dann würden sie mich rausbomben bis ich zur Erde komme wobei ich bin schnell theoretisch könnte ich es riskieren erreiche Merkur was ist denn hier direkt hinten am Tor was ist denn das Militärbasis eine Militärbasis USC orbitale Versorgungsstation also ich kann es natürlich jetzt nicht 100% sagen denn so fit bin ich jetzt in Astronomie auch nicht aber ich finde die Sonne doch verdächtig klein dafür dass wir hier am Merkur sind die Sonne die müsste hier eigentlich vielleicht nicht den ganzen Bildschirm aber doch schon einen sehr großen Teil des Bildschirms einnehmen Sonnenkraftwerk X-L-Alpha Militärbasis so Wasserreinigungsanlage M-Alpha gut ähm wollen wir noch zum Mond fliegen was haben wir hier Militärbasis Militärbasis was haben wir hier LTF Militär Odin ah ein Odin ich meinst du kommt drauf an wie die Sonne steht ich meine der Merkur ist so nah an der Sonne dran dass wenn ich eben jetzt zur Sonne blicke die Sonne viel größer sein müsste meiner Meinung nach oh hier ist eine Aufgabe aber vielleicht täusche ich mich aber aber ich glaube nicht ich meine der Merkur ist so nah an der Sonne dass die Sonne hier von der Perspektive her viel größer sein muss aber das ist nur eine Kleinigkeit darauf kommt es jetzt auch nicht wirklich an ähm sie sprechen sie sprechen mit dem wir benötigen folgendes diese Mission sollte simpel werden sind sie daran interessiert ne wenn dann soll sich schon löhnen ja löhnen soll sich sowieso äh lohnen nicht für so ein paar Kreuzer hier gibt es hier einen Sprung hier gibt es eine Sprungbuke das ist sicher auch nicht so schlecht in der Venus gibt es glaube ich keine Sprungbuke wenn ich richtig bin ja ich meine der auch nicht direkt dran dann würde er ja direkt verbrennen aber ich bin der Meinung schon näher dran wo ist die Venus hier ist die Sonne vor allem weil die Sonne hier im Venus Sektor ungefähr gleich groß ist das macht keinen Sinn weil die Venus ist dann doch deutlich weiter weg als der Merkur aber gut so kleinig wollen wir jetzt mal nicht sein was ist hier schon wieder los Xenon Schildkomplex 3 was macht denn der da unten überhaupt kannst du bitte rausspringen kannst du bitte rausspringen fliehen Autosprung hast du schon wieder keine Fracht anbohlen du hast doch Energiezellen springen gefälligst raus dann kriegst du halt von mir den Befehl ja ich hab's noch ich hab's noch gesehen es war alles Timing war Absicht so jetzt krieg ich gleich eine Nachricht dass ich mich hier bitte verpissen soll im Normalfall ne krieg ich nicht aber ich hab doch nur den ATF Systemzugang Merkur und nicht Mond hier schaut und die Sonne ist hier im Mond und der Mond ist ja nicht weit weg von der Erde genau gleich groß wie im Merkur System Sonnenkraftwerk X L Alpha USC Orbitale Verteiler Basis ok dann fliege ich gerne auch zur Erde wenn die mich hier in Ruhe lassen und dann sollte ich irgendwann auch mal wieder abspeichern denn ich hab den ganzen Fortschritt jetzt noch überhaupt nicht gespeichert seit der letzten Mission die wir gemacht haben ja ja doch mal an ja genau das ist das was sie ja gerade auch gesagt habe ja alles klar ja den sollte ich jetzt auch machen ich wollte ihn machen wenn ich in der Erde wenn ich bei der Erde bin so damit ich die komplette Erkundung in eine Folge reinkriege so das war der Sicherheits deaktiviert wo ist der Transorbitale Beschleuniger jetzt wieder hier so dann schauen wir ob es was Neues gibt auf der Erde also der Torus scheint abgebaut worden zu sein in der Albion Prelude waren ja noch die Trümmer außenrum das hat man von hier aus auch schon gesehen und ich sehe jetzt hier zumindest keine mehr also hat man den wohl demontiert ja recycelt so kann man es auch nennen man hätte ihn ja auch neu aufbauen können aber das wollten sie wohl auch nicht ah da ist er wieder ok von nahem sieht man ihn noch also hat man ihn doch noch nicht abgebaut warum eigentlich nicht gut ich weiß jetzt nicht wie viele Jahre vergangen sind zwischen den Teilen so da ist er unser schöner blauer Planet mit einem kaputten Ring außenrum das war es eigentlich schon wir wollten sie nur mal kurz angucken jetzt haben wir nämlich alle Sektoren erforscht das bedeutet wir müssen bei der Entdecker-Gilde jetzt auch wieder einige Punkte bekommen haben also so was ist eigentlich jetzt hier die nächste Fabrik hier Raketenfabrik Schatten Alpha da waren wir gerade schon und da fliegen wir wieder hin docken an und dann machen wir den ersten Cut so wunderbar Andock-Vorgang erfolgreich wir entbieten einem Freund der Terraner ein freundliches Willkommen Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt ebenfalls danke dass ich da sein darf ja die erste halbe Stunde gute halbe Stunde war Reinerkundung aber jetzt haben wir es geschafft jetzt haben wir hier meiner Meinung nach alle Terraner Sektoren drauf ich weiß nicht ob ich früher gab es ja hier hinter der Ortschen Wolke noch glaube ich fünf oder sechs Sektoren die sind aber nicht mehr da die gibt es nicht mehr und kein Screenshot gemacht ja ich komme bestimmt irgendwann nochmal in die Nähe von der Erde dann können wir das nachholen also ich glaube ich habe keinen vergessen ich hoffe es und mit diesem wunderbaren Erfolgserlebnis dass wir jetzt endlich unser eigenes Sonnensystem wieder kennen machen wir hier einen Cut wir sehen uns in der nächsten Folge macht's gut bis zum nächsten Mal